Wir kommen zur Frage der sozial- und gesellschaftspolitischen Folgen kapitalgedeckter Altersvorsorge mit Christoph Ehlscheid. Er ist Bereichsleiter Sozialpolitik beim Vorstand der IG Metall, er ist Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund und Mitglied des Sozialbeirats, der sich auch ein umfangreiches Gutachten zu diesem Thema abgegeben hat. Ich denke, da wird auch sicherlich das eine oder andere jetzt in den Vortrag einfließen. Was sind die möglichen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Folgen, was, wenn wir alle Besitzerinnen und Besitzer von Unternehmen sind? Herr Ehlscheid, bitteschön. Ja, erstmal herzlichen Dank. Schönen guten Morgen, kann ich noch sagen. Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme aus dem Rheinland und dem Rheinland, ja, das ist noch kein Verdienst, aber da ist Aschermittwoch und an so einem Aschermittwoch gehen manche zum Beispiel nicht, aber ich würde gerne meinen Vortrag mit drei Geständnissen eröffnen, damit es auch ein bisschen klar ist, wenn man versucht, durch diese komplexe Landschaft eine Schneise zu schlagen, soll trotzdem die Haltung nicht ganz unsichtbar bleiben. Erstens, ich bin ein Kritiker der Finanzmärkte und ihrer gesellschaftsschädlichen Wirkung, wenn sie so aufgebläht und die Finanzmarktakteure so stark sind, wie sie das jetzt sind. Das sehen wir in den Unternehmen, bei der Unternehmensführung, das sehen wir bei der Kurzfristökonomie, das sehen wir im Investitionsverhalten oder Nicht-Investitionsverhalten. Da gibt es eine ganze Menge Argumente, um aufgeblähte Finanzmärkte in der Formation des Finanzmarktkapitalismus kritisch zu sehen. Ich bin zum Zweiten auch ein Kritiker des forcierten Ausbaus kapitalgedeckter Systeme in unserem bestehenden Alterssicherungssystem. Ja, heißt das, dass ich, und das wäre mein drittes Geständnis, Kapitaldeckung im Alterssicherungssystem komplett ablehne? Nein, it depends. Es kommt darauf an, weil wir kommen aus einer Tradition auch bedeutender kapitalgedeckter Elemente im deutschen Alterssicherungssystem in der zweiten Säule. Und ich habe sehr gute, in unserem Organisationsbereich sehr gute, sehr gut funktionierende und auch ergiebige und für die Betroffenen sozial bedeutende Alterssicherungssysteme als Betriebsrenten vor Augen. Wir haben VW-Rente beispielsweise, wir haben die Daimler-Garantierente beispielsweise. Klar sind es vor allen Dingen Betriebsrenten in Großbetrieben, aber als Aufsichtsratsmitglied in einem mittelständischen Betrieb sage ich, da gibt es ordentliche Betriebsrenten, die vom Arbeitgeber auch garantiert werden. Ob die Direktzusage Kapitaldeckung in dem Sinne ist, die wir jetzt gleich diskutieren, weiß ich nicht genau, aber das wäre schon ein bisschen ein Vorgriff in meinem Vortrag. Also es kommt darauf an, man muss sich das genau anschauen und da wäre ich dann auch bei meiner Ausgangsthese, die der Florian vorhin ja schon mal ein bisschen angedeutet hat. Ich glaube, dass die Debatte um den forcierten Ausbau bestehender oder die Implementierung neuer kapitalbasierter Elemente der Altersversorgung sehr schnell dazu führt, dass man in ein bipolares Po und Contra abgleitet und auch sehr schnell dazu führt, dass man sich dann möglicherweise auf ein schnelles Sowohl-als-auch-einigt. Das kann ja sein, naja, ein bisschen Kapitaldeckung soll sein. Dabei geraten aber die spezifischen institutionellen Settings aus dem Blick, weil Kapitaldeckung trifft ja auf ein bestehendes System und hat auch innerhalb des bestehenden Systems bestehende Veränderungen und Verschiebungen, die zum Teil nicht unmittelbar mit der Frage der Kapitaldeckung oder nicht unmittelbar von der Frage der Kapitaldeckung berührt werden, sondern nur mittelbar daran angeflanscht sind. Ich will das an einem Beispiel machen. Wenn wir über Bürgerfonds, grünen Bürgerfonds reden oder Staatsfonds reden, von dem wir noch gar nicht so genau wissen, wie er aussieht, ist da implizit ja auch eine Aussage über die Verteilung der Tragelasten gemacht. Der Bürger soll das bezahlen, möglicherweise der Arbeitnehmer verpflichtend mit einem Opt-out, der Solo-Selbstständige oder der Selbstständige freiwillig. Aber hier ist sozusagen mit der Entscheidung über die Kapitaldeckung und den Ausbau der Kapitaldeckung eine zweite Frage gleich implizit oder explizit mitverhandelt, nämlich die Aussage, ja ist klar, wer das bezahlen soll, der Bürger oder die Bürgerin soll es bezahlen. Und auf diesen Umstand möchte ich ein bisschen hinweisen und auch im Rahmen meines Vortrages ein bisschen bearbeiten. Und auch innerhalb der Kapitaldeckung sehen wir ein Shift, etwa bei den Betriebsrenten, da wäre ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, es ist eben was anderes, ob die Kapitaldeckung eine Direktzusage des Arbeitgebers ist oder eine Entgeltumwandlung. Beides kann man grosso modo als Form der Kapitaldeckung verhandeln, aber der Shift hat verteilungspolitisch und was die Risikoverteilung angeht einen besonderen Effekt. Und auf diese Mechanismen würde ich gerne eingehen und habe mir einen Vierschritt in meinem Vortrag vorgenommen. Der erste ist allerdings ein Gedanken zurück und diese besondere Fahrtabhängigkeit und die Betrachtung der jeweiligen Settings einmal noch zurückzunehmen und ein paar grundsätzliche Anmerkungen zum Pro für Kapitaldeckung zu machen und da mal schon einen kleinen Realitätscheck zu machen, obwohl Camille mir da ein paar Aspekte weggenommen hat, was nicht ganz so schlimm ist. Dann würde ich mir die Settings anschauen, dann würde ich mir eine Spezialfrage noch mal anschauen, nämlich die Frage des Obligatoriums und zum Schluss noch mal grundsätzlich werden mit einem Fazit. Ich fange, das kann man relativ schnell überblättern, das war noch mal eine Definition, Umlagesystem, Kapitaldeckungssystem. Was mir wichtig ist, ist das, was in dem Kopf steht. Das eine ist ein lohngetriebenes System. Das heißt, es funktioniert nicht nur als Umlage, die eine Generation für die andere als Generationenvertrag, sondern die Basis sind die Löhne und es ist ein lohngetriebenes System. Alles, was die Löhne steigert, alles, was gut für die Löhne ist, alles, was gut für die Beschäftigung ist, ist auch gut fürs Alterssicherungssystem. Und das andere ist ein finanzmarktgetriebenes System und der Kollege, der vorhin schon mal gesprochen hat, was Interessenkonflikte angeht für die Akteure, die die Systeme betreiben, das muss man sich dann bewusst machen. Funktionierende, prosperierende Finanzmärkte, steigende Aktien sind gut fürs Rentensystem. Ob es immer gut für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist, ist nochmal eine zweite Frage. Kann im Gleichklang laufen, läuft aber im Kapitalismus nicht immer im Gleichklang. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und was das für die Rollen der Akteure am Ende bedeutet, wenn Gewerkschaften solche Fonds betreiben oder wenn der Staat so einen Fonds betreibt, das ist dann bezogen auf die Handlungsbedingungen des Akteurs, das sage ich dann als Politikwissenschaftler, auch eine besondere Herausforderung, was Legitimation angeht und was Zielkonflikte angeht. Will ich nur andeuten, deshalb diesen Blick. Was sind die Argumente für einen forcierten Ausbau? Kapitalgedeckte Elemente können wir ganz schnell machen. Das eine ist der Demografieeffekt. Letztlich will man sozusagen der heimischen Arbeitsmarktlage und der heimischen Altersstruktur entrinnen und das Problem exportieren, haben wir vorhin viel zugehört. Zweitens, die Systeme sollen auch irgendwie generationengerechter sein. Dazu haben wir noch nichts gehört. Sollen generationengerechter sein, weil Kapitaldeckung ich für mich spare und nicht für den anderen. Und es gibt eine Reihe von Wissenschaftlern, die immer solche Generationenbilanzen machen und über intergenerationale Gerechtigkeit forschen. Und dann sagen, die junge Generation kriegt viel weniger raus, die muss viel mehr alimentieren, als sie selbst davon haben wird. Und das ist ungerecht, deshalb sollen die einen Teil für sich sparen, weil jeder Euro, den ich für mich spare, ist halt für mich positiv. Dritter Punkt ist Risikomirinierung, kann man auch ein bisschen locker sagen. Nicht alle Eier in den gleichen Korb, wenn man stürzt. Ist auch ein schönes Bild eigentlich. Und das Ergiebigkeitsthema. Das Ergiebigkeitsthema ist, glaube ich, eine der Schlüsseldebatten der letzten vier, fünf Jahre. Da geht es um eine Umbasierung innerhalb des Kapitaldeckungssystems. Und zwar die Anlageformen zu wechseln. Von den Anlageformen, die von der Niedrigzinsphase betroffen sind, weil sie in sichere, in Anführungszeichen, Staatsanleihen beispielsweise investieren, hin zu aktienmarktorientierten Anlagen, Immobilienanlagen, die man einfach riskanter anlegen kann und wo höhere Renditen versprochen werden. Bei, und das ist ein sehr enger Konnex in der Debatte, bei gleichzeitigem Verzicht eben dann auf Garantien, weil der Schritt ins Risiko kann nur kostenreich abgesichert werden, ist immer das Argument. Und um hier Kosten zu sparen, muss man in die Garantien gehen. Ja, ab, zack, Umbasierung. Ja, die habe ich übersehen. Gut, und letzter Punkt. In der Tat ordnet sich das noch ein. Ich habe es nicht nochmal aufgerufen, das hat Camille Logé dargestellt. Es ist auch eine Frage, ob man sozusagen den nationalökonomischen Begrenzungen dadurch entgehen kann, dass man durch Sparen Investitionen fördert und damit den Verteilungsspielraum erweitert, indem man stärker wächst. Das ist, glaube ich, von dem Argument eins noch ein bisschen abzutrennen. Ja, was ist der realistische Blick darauf? Die behauptete Demografie, Resilienz, ist, glaube ich, eine deutliche Überbewertung. Der Kapitalstock, auch der muss auf mehr Rentnerinnen und Rentner mit höheren Lebenserwartungen verteilt werden oder die Prämien müssen raufgehen. Zum Zweiten besteht auch die Möglichkeit, wenn kollektiv erspart, entspart wird, sozusagen in das Problem reinzuleifen, was ein Teil der Wissenschaft Acid Meltdown nennt. Also alle entsparen, alle Alten entsparen. Es gibt zu wenig Junge, die das kaufen. Dass es in Deutschland zu wenig Junge gibt, die das kaufen, ist offensichtlich. Aber auch die kaufkräftige Nachfrage weltweit ist wahrscheinlich nicht da. Das haben wir auch von Camille gehört, sodass der Effekt des Acid Meltdowns deutlich ist und der eben auch dazu führen wird oder führt, dass kapitalgedeckte Systeme eben nicht demografieresilient sind. Und das ist eines der Hauptargumente, mit denen dafür geworben wird. Ein zweites Problem ist die Frage, sind die Systeme so ergiebig, wie immer unterstellt wird. Ja, in der Tat, natürlich kann das sehr ergiebig sein, auch in gewissen Phasen ergiebig sein. Aber wir haben eine Problemlage, die daraus entsteht, dass wir kurz- und mittelfristig erhebliche Schwankungen im System sehen. Die Volatilität der Finanzmärkte ist sprichwörtlich. In the long run ist immer das Argument, in the long run gleicht sich das alles wieder aus. Aber das will ich gleich nochmal vielleicht auch an einem Beispiel zeigen. An der Stelle schon mal so viel, die Renditen auf den Finanzmärkten wachsen trotzdem nicht durch die Decke. Also wir reden nicht über 12 oder 15 Prozent, sondern im idealen Fall von 6, 7 oder 8. Und ob das reale Renditen sind und was davon noch abzuziehen ist, ist nochmal eine zweite Frage, weil einer muss das System managen etc. pp. Dritter Punkt, intergenerationelle Gerechtigkeit. Natürlich gibt es auch einen Social Risk, der davon abhängig ist, zu welchem Zeitpunkt gehe ich denn in Rente. Gehe ich in einer Bäs in Rente, dann kann ich davon stärker betroffen sein, als der, der zehn Jahre später in Rente geht, der dann in Rente geht, wenn die Aktienmärkte durch die Decke gehen. Das kann man ausgleichen, das weiß ich, da werden wir heute Nachmittag wahrscheinlich was von Judith hören. Wir werden was über Puffer und Annuitisierung hören. Das heißt also auch die Auszahlung zu strecken. Aber der entscheidende Punkt ist, hier ist das System Kapitaldeckung nicht automatisch intergenerationell gerecht, sondern hier kann es starke Verschiebungen zwischen den Generationen geben, sodass eine Generation sagt, ja da habe ich aber mit Zitronen gehandelt und andere sagen, ja super, hat prima funktioniert. Ja, dann haben wir das Inflationsrisiko. Das ist natürlich auch bei Umlagesystemen gegeben. Kapitalgedeckte Systeme hängen viel stärker da dran, um ehrlich zu sein. Und wir sehen, dass Elemente des Sozialausgleichs oder Solidarausgleichs in kapitalgedeckten Systemen eher schwer abbildbar sind. Das sehen wir auch bei unserer Metallrente. Also eine EM-Rente bei der Metallrente abzusichern, ist besonders schwierig, weil das sehr, sehr teuer ist, weil hier Risikozuschläge gezahlt werden müssen. Und wenn das versicherte Kollektiv nicht so groß ist, sondern eine gewisse Begrenztheit hat. Zu den Renditen vielleicht ein Bild. Ich fand das eigentlich ganz gut, weil es zwei Betrachtungswinkel hat. Das sind reale Renditen, also auch unter den Abzügen, die man dann machen muss, was Kosten angeht und was Preisentwicklung angeht. Die sind jetzt nicht schlecht. Wenn man da eine einmalige Rendite in Mexiko von um die 8% sieht, dann ist das nicht schlecht. Das ist eine OECD von Quelle von 2021. Das sieht gut aus, wenn man dann unten in Polen ein Minus 4% sieht. Ja klar, das ist schlecht, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Interessanter sind die kleinen Vierecke. Die zeigen das geometrische Mittel im Zehnjahresdurchschnitt. Und da sieht man, wir haben einige gut gewirtschaftet und konnten auch gut wirtschaften. Aber wir bewegen uns in der Zone zwischen 2,5 und 6%. Das muss man schon sagen. Und Camille hat ja mal für die Ingenmetall eine kleine Studie gemacht. Über die Wertentwicklung. Das ist natürlich keine Rendite, aber die Wertentwicklung des Entgeltpunktes. Und dann können wir auch ziemlich sicher sagen, so zwischen 2,8 und 3% geht da irgendwie auch, was Wertentwicklung angeht. Jetzt ist es nicht sauber vergleichbar. So, und ich hätte noch eine zweite Grafik. Die habe ich von dem Josef Wess mir geklaut, der beim Sozialbeirat das vorgestellt hat. Die hat zwei Nachteile. Erstens, sie ist unübersichtlich. Und zweitens, sie ist leider viel zu alt. Sie bedeckt den Zeitraum von 1990 bis 2008. Die hat aber in der Tat mal geguckt, wie die Unterschiede in dem Moment, wo das angesammelte Kapital entspart wird, wie die Unterschiede für die Sparer sind. Und in Deutschland gibt es je nach Zeitpunkt des Erwerbsaustritts eine Schwankungsbreite zwischen 23 und 28%. In Frankreich 19 bis 41, in Großbritannien 16 bis 31 und in den USA 17 bis 38. Das heißt, die schwanken in dem, was sie an Gesamtkapital angesammelt haben, die schwanken dazu je nach Eintrittszeitpunkt. Und das ist der Punkt, von dem ich sage, nicht automatisch intergenerationell gerechter, sondern eben auch Alterskohortenbase hat das Ding auf jeden Fall. So, das sind jetzt einige grundsätzliche Anmerkungen. Ich habe aber vorhin angedroht, dass ich ja sozusagen eine fahrtabhängige Debatte gerne führen würde und ein bisschen auch in die einzelnen Systeme reingehen würde. Jetzt hat sich bei der Vorbereitung schon gezeigt, dass man aufpassen muss, dass man sich hier nicht verläuft. Ich weiß gar nicht, kann man das lesen ja doch. Also wir haben drei Säulen, kennt jeder, gesetzliche Rente, Betriebsrentensysteme, staatlich geförderte private Vorsorge. Wir haben bei der gesetzlichen Rente eigentlich drei Debatten, was Kapitaldeckung angeht. Klammer auf, ist das alles Kapitaldeckung? Wir haben einmal die Debatte um die FDP-Aktienrente, die ich vom Generationenkapital unterschieden habe. Ob das fair ist und richtig, ist eine zweite Frage, können wir aber gleich mal reden. Ich bin ein bisschen nervös, wenn das in einen Topf geworfen wird, um ehrlich zu sein, weil es ist nicht sachgerecht. Erster Punkt. Aber zweiter Punkt. Viele von denen, die hier im Raum sitzen, erinnern sich noch daran, dass wir als DGB mit eurer Unterstützung von der HBS immer einen Demografiefonds gefordert haben. Muss man gleich nochmal gucken, ob das Kapitaldeckung ist oder was das ist. Aber jedenfalls eine überschießende Liquidität in der gesetzlichen Rentenversicherung zu erzeugen, um heute Geld einzusammeln, zu parken und ein bisschen den Demografieberg zu untertunneln, abzuschneiden, wie auch immer das heißen mag. Zweite Geschichte. Betriebsrenten. Da habe ich jetzt ein bisschen vergröbert. Da muss man unterscheiden zwischen Durchführungswegen, Anlageformen, Zusagearten. Die klassischen Betriebsrentensysteme sind irgendwie geartet ein Defined Benefit. Aus diesem Defined Benefit fällt raus das Sozialpartnermodell mit Defined Contribution, also Pay and Forget oder wie das immer so schön heißt mit den Anglizisten. Und die staatlich geförderte private Vorsorge, ob der grüne Bürgerfonds oder das, was die Ampel vielleicht zum öffentlich verwalteten Fonds plant, eigentlich als Unterpunkte dahin gehören. Oder ein vierter Punkt sind, darüber kann man auch nochmal streiten. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil das auf der Folie nicht mehr so viel Platz hat. Das bitte mal mir zu verzeihen. So, ich würde jetzt mal gerne reingucken. Ich würde gerne mal reingucken in die erste Säule. Also aufgeschnitten, Globalziele zur größeren oder zum Ausbau der Kapitaldeckung, Demografiefestigkeit, Risikominimierung, bessere Risikoverteilung, Generationengerechtigkeit, Schrägstrich Verteilungsgerechtigkeit, höhere Ergiebigkeit. Und jetzt kann man das mal durchprüfen, was passiert dann mit den einzelnen Maßnahmen. Beim Demografiefonds kann man sagen, der hat eigentlich als settingbezogenes Ziel, als Konkretisierung des Ziels, letztlich eine intertemporale Klettung zum Ziel und gar nicht zum Ziel, höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften. Also wenn das Geld wert erhalten angelegt würde, wäre das schon genug. Bei der FDP-Aktienrente, so wie es in den Wahlkampf eingebracht wurde, geht es erstens um die Erwirtschaftung von maximalen Renditen. Das ist das erste Ziel. Es geht aber auch, und das meine ich mit Hidden Agenda oder mit Huckepack oder Verbindung vom Setting innerhalb des Settings, Allerdings, es geht bei der FDP-Aktienrente dezidiert darum, die weitere Absenkung des Sicherungsniveaus und die starke Dämpfung der Beitragssatzentwicklung zu flankieren. Und drittens geht es darum, eine Kompensation für diese Absenkung. Eine Kompensation für diese Absenkung sozusagen dem Bürger, der Bürgerin, dem Rentner, der Rentnerin durch eine kapitalgedeckte Zusatzrente anzubieten. Und wenn man mich jetzt fragt, was hältst du vom Demografiefonds, dann finde ich, wenn jemand meint, dass das Kapitaldeckung ist, dann wäre das eine Form von Kapitaldeckung, die ich gut finde, wo ich die Risiken beherrschbar finde und wo ich auch sagen würde, der gesetzlichen Rentenversicherung und der Versorgungssituation im Alter kann das helfen. Wenn mich jemand fragt, würdest du die FDP-Aktienrente mit ihrer kompletten Logik der Kapitaldeckung plus den anderen beiden Aspekten mittragen, dann würde ich sagen, nein, das unterstützt den Leistungsabbau in der gesetzlichen Rente und nein, überträgt ungebremst die Kapitalmarktrisiken auf die Beschäftigten, respektive die Rentnerinnen und Rentner. Beim Generationenkapital, jetzt bin ich ja nur schlecht der, der dem Rolf Schmachtenberg das hier erzählen sollte, trotzdem ist es vielleicht ganz gut, wenn ich meine Einschätzung dazu auch zur Debatte stelle. Beim Generationenkapital sind gegenüber der Aktienrente zwei Dinge anders. Hier geht es immer noch um die Erwirtschaftung von maximalen Renditen. Es geht auch darum, bei dieser Erwirtschaftung, so Herrmann ist kreditfinanziert, eben jenes Zinsdifferenzial zu nutzen, das Camille in der Grafik gezeigt hat, wo wir aber gesehen haben, dass vor 2015 die Verhältnisse umgekehrt waren. In der Tat, das ist nochmal eine zweite Frage, kann man dieses Zinsdifferenzial überhaupt nutzen? Und zum Zweiten geht es um die Dämpfung der Beitragsentwicklung. Ob das ein guter Plan für den Staat ist und ob das ein guter Plan für die Rentenpolitik ist, ist eine zweite Frage. Ich sehe darin aber in der Tat einen qualitativen Unterschied zur Aktienrente. Wenn zwei Dinge gewährleistet sind und wir haben das mal als Brandmauer. Hans-Jürgen Urban, mein Geschäftsführungsvorstandsmitglied der IG Metall, hat das mal als Brandmauer bezeichnet. Wir brauchen dann, um die Vorteile der gesetzlichen Rente auch tatsächlich zu sichern, eine doppelte Brandmauer, in dem sowohl die Risiken, also niedrigere Erträge durch den Staat abgefangen werden und das nicht ins System wandert, sondern ich erwerbe Entgeltpunkte und die Entgeltpunkte haben gesetzlich garantiert einen Wert, der nicht davon beeinflusst wird, ob wir erfolgreiche Anleger oder nicht erfolgreiche Anleger sind. Und die zweite Brandmauer, die muss man jetzt dazu schreiben, weil man das ein bisschen aus den Debatten hört, Beiträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung sollten auf keinen Fall in dieses System genommen werden. Das hat auch eine ordnungspolitische Dimension, alleine schon deswegen, weil das Anwartschaften sind, die mir gehören, von denen ich nicht will, dass irgendeiner außerhalb der Rentenversicherung damit irgendwas anstellt. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz. Ob das Generationenkapital eine Vorstufe zur Aktienrente wird politisch, oder die Endstufe einer Querfinanzierung eines sonst gut finanzierten Systems. Das ist die politische Frage für die Zukunft. Ich hoffe, dass diese Bundesregierung da gut aufpasst. Aber es müssen auch zukünftige, weil die Kommentare der FDP lese ich schon, und auch ein Teil der Kommentare der kapitalmarktorientierten neoklassischen Ökonomen höre ich auch schon. Die sagen, es wird nichts nutzen, die Finanzierung steht da nicht, und überhaupt muss man das doch am Ende richtig machen, oder gar nicht. Kann man bei Rüro bis sonst wo hin lesen, natürlich. Das wäre eine Betrachtung, jetzt wird mit Sicherheit dem einen oder anderen noch viel zu dieser Säule einfallen, und zu den Aspekten, die da drin stecken. Ich will es aber nicht überstrapazieren. Ich glaube, die Kernbotschaft aus meiner Sicht ist gemacht, wie die Kapitaldeckung im jeweiligen Setting aufschlägt, ist auch zu betrachten und auch zu bewerten und kann qualitative Unterschiede machen, bei grundsätzlicher Kritik der Kapitaldeckung. Ja, jetzt wird es ein bisschen noch komplizierter. Also wir haben wieder die gleichen Globalziele. Im Defined Benefit System, das sich nach Durchführungswegen und Leistungszusagen unterscheidet, da gibt es Leute, die das viel besser können, das wird die Judith uns heute Nachmittag wahrscheinlich auch erzählen, das mache ich nicht, aber im Kern muss man schon sagen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ob die Direktzusage Kapitaldeckung ist. In gewisser Hinsicht ja. Weil natürlich ist das eine Zusage auf die zukünftige Ertragskraft des konkreten Unternehmens. Auch mit Problemen, was Portabilität angeht, weil wenn dieses Unternehmen nicht mehr besteht, muss man da auch einen Weg finden. Aber das ist eine Arbeitgeberfinanzierte, also was die Verteilung der Tragelasten angeht, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer günstiges System. Es hat Schwierigkeiten, weil wir insbesondere bei bilanzrechtlichen Fragen da und internationalem Bilanzrecht an Grenzen stoßen, wo Arbeitgeber nicht so gerne die Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen stehen haben für Betriebsrenten. Aber im Kern ist das eine Variante der Kapitaldeckung, die im deutschen Alterssicherungssystem eine lange positive Tradition hat, die es auch zu verteidigen gilt. Jetzt kann man sagen, es gibt keine Direktzusagen mehr. 48 Prozent der Anwartschaften in Deutschland sind noch über Direktzusagen. Also um die 50 Prozent. Ja, Risiko liegt generell beim Arbeitgeber, auch wenn wir keine Direktzusagen haben, weil es gibt eine Einstandspflicht im Betriebsrentengesetz. Und die Risikoverteilung variiert aber nach Zusageart. Also ich kann auch sagen, du kriegst so und so viel, aber nur wenn wir diesen Anlageerfolg damit haben, so was gibt es. Und die garantierte Mindestleistung sichert schlichtweg nur noch unten ab. Das heißt, das eingezahlte Kapital muss zurückfließen. Ob da gut gemanagt wurde oder schlecht gemanagt wurde, ob da noch ein Benefit darüber hinaus erwirtschaftet wird, hängt dann an der Stelle doch vom Kapitalmarktrisiko ab. Und das muss man eben auch einpreisen. Und die letzte Frage, Verteilungsgerechtigkeit, habe ich eben schon mal angesprochen, hat jedenfalls im deutschen System mit der Tradition der vollständigen oder anteiligen Finanzierung durch Arbeitgeber einen positiven Impuls. Wird aber unter der Überschrift Kapitaldeckung in den letzten Jahren sukzessive abgebaut bis hin zum Extremfall Entgeltumwandlung, wo alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Betriebsrente selber zahlen. Und das würde ich gerne an der Stelle nochmal sagen. Kapitaldeckung im Rahmen der Betriebsrente, ja. Im Rahmen einer arbeitgeberfinanzierten oder zumindest anteilig finanzierten Betriebsrente durch Arbeitgeber, ja. Mit Arbeitgeberhaftung, ja. Aber wir haben einen Sozialabbau. Das muss man so nennen. Wir haben seit 20 Jahren etwa bei den Betriebsrenten einen Sozialabbau. Wir haben auch Probleme mit der Verbreitung, die stagniert. Und wir haben Sozialabbau. Ja, die reine Beitragszusage, das Sozialpartnermodell als mögliche Alternative. Klar ist, im Kern steht die Enthaftung der Arbeitgeber, um riskantere Anlagen zu ermöglichen. Es hat auch eine bilanztechnische Seite, die ich vorhin angeschnitten habe. Und es hat die Seite, die Verbreitung zu fördern, weil man sozusagen die Anreize auch für Arbeitgeber setzt. Das ist nicht ganz so gefährlich für dich. Du hast hier ein Pain, forget. Du gehst keine langfristigen Verbindlichkeiten ein. Also wir senken sozusagen die Schwelle ab und hoffen, dass Arbeitgeber da auch beitreten und eintreten. Dass es in der Ingen Metall Kolleginnen und Kollegen gibt, die das als den richtigen Weg ansehen, das weiß, glaube ich, in diesem Raum jeder. Und dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die das kritisch sehen, weiß in diesem Raum wahrscheinlich auch jeder. Dass ich eher zu der kritischen Seite gehöre, weiß auch jeder. Was ich an dieser Stelle nicht mache, ist nochmal alle Argumente abarbeiten. Ich sage nur eins. Am Ende ist es die Frage, natürlich kann man das System, in dem man gutes Fondsmanagement macht, sichern, puffern, ausgleichen, die Risiken minimieren. Aber die spannende Frage ist, wer trägt am Ende das Risiko? Und das ist eine Frage, die ist eine politische Entscheidung und gar keine fachliche. Wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Risiko tragen oder wollen sie es nicht tragen? Will die Ingen Metall derjenige sein, der dieses Risiko für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf sich nimmt und selbst ein Legitimationsrisiko trägt? Will sie das sein, will sie das nicht sein? Ob sie das sein will, ob sie das nicht sein will, wie groß das Risiko ist oder wie groß das Risiko nicht ist, das muss ich nicht als Fachmann, als Sozialpolitiker beurteilen, weil hier geht es um Tarifsystem, das werden unsere Tarifpolitiker beurteilen müssen. Die müssen sagen, ob sie in den Tarifkommissionen diesen Weg gehen wollen oder nicht. Und ich plaudere auch kein Geheimnis ein, wenn ich sage, je nachdem, vor welche Tarifkommission ich mich stelle, kriege ich unterschiedliche Aussagen dazu. Dezidiert. Aber an der Stelle ist sozusagen die Kapitalisierung vor allen Dingen auch gar keine Frage von Finanzmärkten und lege ich an Finanzmärkten auf, sondern wer wird hier enthaftet oder wer wird nicht enthaftet. Ja, das ist nochmal aus dem Gesetzentwurf, falls einer Zweifel daran hat, was die Intention des Gesetzgebers gewesen ist, muss ich glaube ich nicht aufholen. Letzter Querschnitt, Bürgerfonds, Staatsfonds, wie auch immer. Da geht viel, viel, viel glaube ich im Moment durcheinander, weil das auch alles sehr im Werden ist in Teilen, auch sehr unpräzise in Teilen ist. Ich habe mir jetzt nochmal das, was Habeck und Giegold vorgestellt haben, rausgenommen von 2019. Wo ist der Markus Kurth? Der ist noch gar nicht da. Was Habeck und Giegold vorgestellt haben. Im Kern geht das, was Habeck und Giegold vorstellen, weit über die Frage der Altersversorgung hinaus. Da kommen zusätzliche Argumente zu denen dazu, die ich vorhin vorgestellt habe. Da kommen beispielsweise die Argumente dazu, erstens der Markt der zusätzlichen Altersvorsorgeprodukte ist unübersichtlich, den kriegt man nicht beherrscht. Da kann ein Kunde gar nicht genau sagen, ist das jetzt ein gutes Angebot, ist das ein schlechtes. Und das führt zu sparsamem Sparverhalten. Ganz offensichtlich ist das so. Habeck und Giegold wollen im Übrigen ähnlich wie die Verbraucherverbände oder wie heißt die Finanzwende? Die heißt Finanzwende. Wie die Finanzwende hier sozusagen einen ordnungspolitischen Flock in die Landschaft hauen, indem man sagen kann, darauf beziehe ich mich, das ist staatlich garantiert, das hat ein Gügelsiegel, das ist ein Qualitätsprodukt, da sind keine Profitinteressen dabei, wenn die mein Geld anlegen. Da kann man dafür oder dagegen sein, aber das ist doch eher Vermögensbildung. Und die zweite Absicht, die dahinter steckt, ist, jedenfalls wenn ich den Kollegen Sven Giegold auch im privaten Gespräch höre, sehr stark auch darauf gerichtet, die Finanzmärkte zu demokratisieren und zu zivilisieren. Das ist sozusagen auch, wabert da immer mit und sagt, ja, wir haben, dann können alle, jeder kann sich beteiligen, auch wenn ein Kleinsparer und eine Kleinsparerin ist, der sonst keinen Hebel hat, der wird mit zusätzlicher Macht ausgestattet und der soll dann hier in so einen Zukunftsfonds investieren können. Klammer auf, Zukunftsfonds, ja, zum Teil auch mit der Idee, dann in die Energiewende zu investieren etc. Ich will das jetzt im Einzelnen durchbuchstabieren oder bewerten. Nur eine Stelle sei mir, nur eine Aussage sei mir verziehen. Ob der Staat an der Stelle tatsächlich derjenige ist, der mit den Finanzmärkten und den Finanzmarktakteuren in den Ring treten kann und in der Lage ist, die sozusagen durch eine seriöse, nachhaltige Anlagepolitik unter Druck zu setzen, da habe ich persönlich große Zweifel dran. Und Joschka Fischer hat mal gesagt, wollt ihr gegen die Finanzmärkte regieren und hat die Ohnmacht der Politik da schon oft beschrieben, ob die Politik ausgerechnet dadurch mächtiger wird, wenn sie hier einsteigt. Das ist eine zweite Frage. Als Rentenpolitiker hätte ich trotzdem nichts dagegen, wenn man sagt, hier geht es um privates Sparen, aber im Feld der Alterssicherung, finde ich, gehört das nicht rein und da gibt es, glaube ich, auch bei den Grünen den einen oder anderen Kollegen, der da gerne. Rede ich gegen das Mittagessen? Okay, gut. Ich habe noch fünf Minuten. Gut. Dann zeige ich noch zwei Folien und habe ich denn so brutal überzogen? Das hat mir jetzt aber noch gestattet. Also ich würde noch gerne zwei Folien zeigen und zwei Argumente in die Diskussion oder ein Argument und zwei Folien einführen. Häufig wird in Verbindung mit Kapitaldeckung immer ein zweites Problem adressiert, nämlich, dass es Versorgungslücken gibt und dass das System der zweiten und dritten Säule hinterherhinkt. Und damit verbindet sich dann ein Diskurs um Kapitaldeckung mit dem Diskurs um verpflichtende Zusatzvorsorge. Ganz deutlich, das läuft immer unter dem Stichwort Obligatorium. Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin im Sozialbeirat, wir haben da sehr lange auch drüber diskutiert. Mein Petitum ist, wer über Obligatorien redet, sollte genau benennen, um die Tragelasten auch abschätzen zu können, um was für ein Obligatorium es sich handelt. Die Ingemetall hat mal bezogen auf Betriebsrenten ein Arbeitgeberobligatorium gefordert. Eine verpflichtende Betriebsrente, die jeder Arbeitgeber zahlen muss, ist auch nicht vom Mond, sondern gibt es auch, wenn man ins Ausland schaut, dass man das findet und wenn die Politik sich trauen würde, mit uns gemeinsam so eine Verpflichtung durchzusetzen oder wir mit unseren Tarifverträgen eine solche Verpflichtung durchsetzen könnten, dann ist das verteilungspolitisch ganz anders zu bewerten, als wenn wir ein Bürgerobligatorium in der ersten Säule aller FDP-Aktienrente haben oder ein Bürgerobligatorium in der dritten respektive vierten Säule. Also Vorsicht bei der Verteilungspolitik. So, letzter Punkt und dann ist es auch gut. Also ich habe es am Anfang schon betont, ich halte die Ausbreitung, Ausdehnung kapitalgedeckter Elemente nicht für den Königsweg. Ich bin grundsätzlich skeptisch, weil ich die Ergiebigkeit überbewertet und die Risiken unterbewertet sehe. Ich warne vor der Illusion der angeblichen Demografieresistenz. Ich stelle mir die Frage, wer finanziert die Obligatorien, wo werden die Tragelasten verteilt, Staat, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bürgerinnen und Bürger. Wenn mit der Diskussion um Kapitaldeckung durch die Hintertür eine Verschiebung der Tragelasten diskutiert wird, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wer trägt das Risiko, ist eine Schlüsselfrage. Die Risikoverteilung wird zur Verteilungs- und versorgungspolitisch zentralen Fragestellung. Wenn das so ist, kann ich mit dem Generationenkapital, so wie es derzeit geplant wird, hinsichtlich der Risikoverteilung leben. Mit der FDP-Aktienrente nicht und aus meiner Sicht auch nicht mit dem Sozialpartnermodell. Und ob sich der Tiger der Finanzmärkte reiten lässt und wer hier zum Kapitaleigner wird, ist auch nochmal eine spannende Frage. Der Florian hatte das in seiner Eröffnung vorgetragen. Für die einzelnen Akteure, die dann die Verantwortung übernehmen, kann es doch starke Konflikte mit den sonstigen Zielen ihrer Politik geben. Und da will ich auch nochmal sagen, als Gewerkschafter kann ich viel besser mit einem System arbeiten, das lohngetrieben ist, als eines, das Kapitalmarktgetrieben ist. Und wenn mich einer fragt, wo die Alternativen sind, dann ist schon, vorhin war die Frage ja schon mal im Raum, das Zentrum der Bemühungen der Politik sollte sehr stark auf die Stärkung und den Ausbau der ersten Säule und aufs Umlagesystem gehen. Was es da für Vorschläge gibt, brauche ich jetzt nicht vorzutragen. Da gibt es einiges. Aber dem Demografieproblem wird man nirgendwo entrinnen. Das heißt, man muss Finanzmittel erschließen. Und da ist es, kam mir eine Verteilungsfrage, ganz deutlich. Und mit dem Blick auf die Uhr und dem Essen sage ich herzlichen Dank. Applaus